Guten Tag. Ich hasse dich. Du darfst nicht rauchen. Das schädigt dich. Ich hab jetzt seit zwei Stunden schon wieder nicht. Ja, das ist gut. Achso, Markus hat uns alle ausgerüstet. Wir waren unten auf dem Planeten, der war nicht toll. Die rechte Seite, wo wir langgegangen sind, da war nichts. Die linke Seite, wo nur Markus langgegangen sind, da waren alle Kisten. Ja, zum anderen auch das hier. Alle Kisten. Ich... ...ist dann Planeten bashen, wie man es im Singleplayer machen kann. Ob man selber nicht ganz optimal, weil laggt wie Sau. Und ich hab ein Bubbelschwert von ihm gekriegt. Kuppelen, Bubelen. Und ich hab meine pinke, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Kampferax. Ach, die hast du wirklich, hast du die umgemalt, oder? Ne, die war auch so. Okay. Deine Battleaxe, wie hieß die? Ja, Battleaxe, glaub ich, einfach nur. Allerdings habe ich in einer Kiste diesen schicken Helm gefunden, den Markus auch hat. Was kann der eigentlich? Nichts. Nichts. Das ist bloß aussehen. Ich hab so schick aus. Willst du den haben, Corby? Ich bin Texas Ranger, ich brauch das nicht. Ja, ich brauch die auch nicht, weil ich hab hier mein... Keine Ahnung was. Du weißt schon, du hast neben deinem Helm noch einen Platz. Das ist nur zum Aussehen, dann kann das trotzdem nicht passen. Ich weiß, mir gefällt das Design besser. Wovon? Von meiner Momentanrüstung. Ja, dann leg die weg. Aber kacke aus. Ich will es nicht haben. Ich pass im Winter, vielleicht passt du an späteren Rüstung. So, also, wir wollten von diesem Planeten weg. Jo. Genau, bleibt mal drum, vielleicht könnt ihr mitfliegen. Ja, dann ist unser eigenes Schiff ja weg. Wir können halt sein eigenes Schiff mitnehmen. Ne, wir können auch unser eigenes Schiff von dem anderen Planeten auf Anbeln, glaub ich. So. Mal schauen. Go. Und schlafen. Test dich. Telefon. Ich will hier was essen. Alle hier. Aufstehen. Was reinstehen, wieder hinlegen. Aber ja, ich muss auch was essen. Aufstehen. Nein, nicht die Bubbeln. Der Bubbelschwert. Bubbeln sind tödlich. Achso, ja, wir haben gar nicht gezeigt, dass wir hier Omdesigns haben, ne? Oh, hübsch. Was? Ach, stimmt. Hier sind Samurais, die auch selber was jagen. Ja, das ist Freunde. Das heißt, da ist eine Stadt. Die Fighting Skills can't save you, das sind Feinde, die tun einem weh. Nein, guck her. Die hauen mich. Weil du gehauen was wahrscheinlich. Nein, hab ich nicht. Ja, dann können wir sie. Jo. Warte. Weggeworpt. Meins. Ja, ja. Oh, was ist denn? Ach ja, wollen wir uns aufteilen oder so? Ich geh wieder links. Ähm, die ist nicht mehr ich alleine. Okay, dann geh ich diesmal alleine. Oder doch, ich weiß nicht. Was ist denn du für ein schickes Ding? Ich hab gute Bögen gefunden, Moment. Könnt ihr irgendwas? Wahaha. Autsch. Ein Pupelwerfer. Ein Pupelwerfer. Ja, ist wirklich wahr, das Ding schmeißt Pupel. Ich brauch... ... wieder ein Luftballon. ... das hier. So, lauf nur vor. Und wer? Ich hab zuerst gefunden. Kapotten. Da haben wir hier komischen Pflanzen. Äh. Naja, aber wenigstens kein Fallschaden mehr. Hui. Ein Haus, ein Haus. Warum kein Fallschaden mehr? Weil ich ein Luftballon bin. Ein... ein Merchant. I'm urgent, I'm urgent, I'm urgent, ja. Wie, du hast einen Luftballon gefunden? Ich bin ein Luftballon. Nein. Nein. Diese Zelle da. Die Kapsel. Ah, ah. Oh, cool. Ich glaub ich hab das Dorf gefunden. Ne. Autsch. Na, die Waffen sind aber alle... ... mäßig. Ja, die eine... Die eine Axt unten ist cool. Was denn die... Holy Robot Blade? Moment. Jedes Mal, wenn man da drangeht, sieht man andere Sachen. Ja. Ist toll, ne? Boah, geh weg, du Mistvieh. Ja, aber ne. Ich... Mir fehlt auch ne gute Einhandwaffe. Ah. Ja, gut. Hast du dich angegriffen? Bitte. Versehentlich. Ne, den brauchst du nicht greifen. Wenn ich weit genug weg bin, dann... Tod. Okay, das tut's auch. Wah! Die machen Schaden. Übrigens, ich hab eine neue Zahnwaffe. Ich seh's. Kann die eigentlich? Moment. Ich kann's durchschmeißen. Offenbar. 131 DPS. Dann nicht. Das Bubbelschwert ist zwar cool, aber ich hab grad hier schon besseres gefunden. Hm. Oh. Boah. Was? Geht schnell. Ja. Achso, und ähm... Achso, und ähm... Hört sich's doch, oder? Näch? So ein Begrüßungs-Zermetzel. Korbi tot? Korbi tot. Oh. Aha. Korbi auf anderem Planeten wieder, weil Korbi hat seinem eigenen Schiff gespawnt. Mies. Das hab ich nämlich ja befürchtet, dass sowas passiert. Ja, jetzt kannst du ja fliegen, oder? Ist doch egal, du kannst ja zu Markus dann, eben. Oder aus meinem Schiff da hinfliegen. Oder so. Und während das Schiff da hinfliegt, kann ich mich zu Markus deportieren. Ahö. Ganz sehr schlauer. Das wie nervige Viecher, ey. Boom. Nab, 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 nab. unten ist eine Waffe. Pilze sprechen komisch. Aber das ist praktisch, dass es laggt, weil die Gegner gehen extrem langsam. Ja, irgendwie laggt durchgehend. Warum? Da gestern noch nicht so. I don't know. Autsch. Oh mein Gott. Autsch. Oh mein Gott, tut sehr weh. Jetzt. Boah, Riesenhummeln. Pilzdorf, ein Pilzdorf. Tralala, Pilzkiste. Natürlich kann er weitergehen, der Liebe. Jurgen. Ach, der Kerl schon wieder. Der hasst mich jetzt immer noch. Ja. Hat er dich auch gehasst? Nein, ich habe ihn nicht angegriffen. Weil du immer alles zermetzeln musst. Au. Oh mein Gott. Oh. Flammenwerfer. Kicher mit Flammenwerfer. Ich glaube es nicht. Ruflich, auch nochmal da hin. Autifiziere und so weiter und... Spule läuft. Langsam wird es echt schwer, das Spiel. Dabei sind wir erst auf dem zweiten Planeten. Also auf dem dritten Planeten. Also auf dem dritten Planeten. Tier 2. Würde zumindest schwer werden, wäre das Spiel nicht so extrem langsam. Ja, dann müsste man irgendwie schauen, wie man das richten kann. Oh, das ist ja ein Vieh. Ja. Halten die mich auch für böse? Hey, ein Pilzmensch. Töten. Viel, viel Pilzmenschen. Töten. Tot und Verderben. Oh, das ist ja nicht... Tut mir das nicht mit Pilzmensch? Tut mir das nicht mit Pilzmensch? Die sehen lustig aus. Ich hab auf Flausch dich irgendwie. Jup, genug Setzlinge. Reicht. So, wo steckt denn hier? Wir dürfen uns eigentlich bald treffen. ah da hast du die pilzkiste die du meinst Dioden pflanzen aha Seid ihr ninjas böse Sorge Seid ihr böse? Ja sind sie oh mein gott laufe und laufe und laufe so Wo bist du eigentlich hin? Hinter dir war ihr gestorben Ah an wem? An einem von den Pilzköpfen oder? Anfallschaden Dort War da was drin? Nö Pilzkiste möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen Passt nicht so ganz zum Stil Ich hab hier mitgenommen die zweite die hier vorne ist Oh mein Stil, mein Stil Ah was? Pilzkiste nicht mitnehmen? Nee Natürlich, alles wird mitgenommen Aus bei mir aber mitnehmen nicht Was will ich denn mit einer Kiste die bei mir gar nicht reinpasst? Ja mitnehmen Everything Oh hi Wie nennt er mich? Gar nicht Ich hab mal einen coolen Hut gefunden, ja Ja ich seh es Hast Ampli in den Kopf geklaut Vanditen oder wie? Nee Ah Pilz Du darfst gerne mal das Licht auch anhaben Ja ja Ich hab nur gedacht ich grabe jetzt, ja dann greib du halt Ja ich hab halt noch einen Moment Gut noch mal die Pickaxe Ich hab jetzt noch nichts ausgegeben für eine Pickaxe, also Ja Ja Autsch Oh Gott Welche ist die siebte? Und Tomaten Ah herrnig Kann ich mit dir reden? Ja Ja Der verkauft Klamotten Ah Ach ihr seid in der Stadt grad oder wie? Nee nee wir haben grad einen Fadenhändler gefunden Hm die sind auch cool Ja Ah dürft ihr nicht lange dauern bis ich bei euch bin Oh schon wieder ein Boss Aber ein Fliegender Aber ein Fliegender Gott Boing 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 Er greift mich an Jungs Ja Willkommen dann gleich Ja Willkommen dann gleich Wah Gott das war schnell Obwohl hier jetzt auch Kisten sind Also Ich hab bei dem noch zwei Kisten jetzt gesehen Und ich bin nicht so greedy dass ich jemanden davon keine abgeben würde Sehr nett Ein Dorf oder ein Tempel Ein Tempel Boing 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 Hi Ah Tempel wo jemand mit einer Minigun rumläuft Ja Tempel und alles was im Untergrund ist ist extrem gefährlich Drei Drei Eieiei Und Boss tot Ja schön Ja die auch Piep Was piept Warum piept's Ich hätte garantiert irgendwelche guten Items dabei Die ich jetzt verloren hab Ähm Items verlierst du nicht anscheinend nur Ohr Ja die meine ich ja Achso Ja ich hab ein cooles neues Bild Juhu Ich hoffe es aber trotzdem mal dahin ich möchte sehen wie der Tempel da sich entwickelt Lass du jetzt ja wirklich Uh Wieder ein Boss Uh Sorry Warum mach ich da eigentlich noch? Ah Ich brenne Brande Jetzt nicht mehr Boah Ich räume jetzt noch kurz meine Kisten ein Bleib mir von Leib Bleib von Leib Bleib von Leib Bleib von Leib Wir müssen uns leicht drum kümmern Wir müssen uns leicht drum kümmern Wir müssen uns leicht drum kümmern Äh Der macht DPS 118 Ich habe einen mit 117 und einen mit 116 Ja ich habe jetzt auch einen Den hätte ich dir gegeben 113 Macht Gift aber kostet Energie 48 Energie Was 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 Ja ich schaue gerade kurz welche meiner beiden Waffen da besser ist von dem Energiehaushalt Her Energiehaushalt? Ja auf das muss man achten Vor allem später wenn man die ganzen Tech Upgrades hat Nein Okay die hier ist besser aber die sind beide scheiße Was 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 Weil die macht halt wirklich 73 Schaden pro Schuss ist eigentlich gar nicht so schlecht Ich habe Kaffee Ich habe Kaffee Jetzt kann man auch so anfangen zu coden Ah Wo ist du willst? Ich habe Kaffee gefunden Weil irgendwer das Bubblenschwert haben eigentlich Achso jetzt Boah Ich kann mit seinem Minigun Äh Wer Wert Wie DPS Ich weiß ich Das Bubblenschwert was du mir gegeben hast Achso Nee das kannst Wegschmeißen Oder in die Trash Chest Nein Willst du das Bubblenschwert haben Simon? Äh DPS 123 Aber halt mit dem großen Flaschenpferden Äh Habe ich besser Wie du meinst Ich habe Kaffee besser Ja Ich finde die Waffe schon irgendwie cool Sieht halt auch geil aus Da gibt es noch viele solche Waffen Ähm Dann gehe ich mal in die Höhle jetzt auch bis zu rein oder? Autsch Du Krippelfieh Ja gut dann gehen wir hier unten rein genug Hier ist nur Oh das hat mich gekillt Hey Gif Ja Bin ich froh dass ich nicht aneben stand Hm Ja ich probiere die Sachen doch aus und Versuche Vertrauen zu haben dass die mich nicht umbringen Tja also Tempelraiden oder so ne Ne Naja Weil hier Das ist das Shirt was ich jetzt hab Ah das kenn ich ja Das ist cool Ich krieg Insel Schaden wow Warum seid ihr eigentlich am Anfang von der Insel gewesen? Weil wir gestorben sind Wegen Tempelrainer Wie alle anderen auch Okay Sehr gut Alles töten Ach Übrigens hast du meinen Helm gesehen? Markus? Nö Ach des Die sah cool aus Der sieht unglaublich scheiße aus Aber Ich glaube hier war der Händler Der Der Simon angegriffen hat Und dann habe ich Simon gerettet und den Händler umgebracht Ach fuck das habe ich nie ausprobiert ob man die Typen anlabern kann Das ist ein Händler eh Das ist ein Händler eh Ja weil da habe ich auch 2-3 stück von gefunden Aber ich habe die immer alle gekillt Jaaaa Na brain over brawn Ich denke mit meiner Axt Kann man mit dem Ne Das solltest du nicht tun Ja danke jetzt hat der mich angegriffen Haha Ich mache echt Schaden Ich mache echt Schaden Ich mache echt Schaden Ja ich auch Nein Hehehehe Hehehehe Naja ein bisschen spaßnis sein Ne Die erinnern sich an dich ne Wenn du dir nochmal durchgehst Wollen die dich immer noch umbringen Mh mh Glaub ich weniger Werden wir ja sehen Nein hier wollte ich nicht hin Äh ach da bist du Hm Bist du das? Nein bist du nicht Wie soll es denn hin ausziehen? Ich verwechsel dich gerade mit den Pilz Leuten Ich hätte Simpex mitnehmen sollen Da bist du Den Kram habe ich gar nicht gesehen Was ist das? Ah ok Ich kann Bonbons kraften wenn ich will Ja Ich jetzt auch Ein bisschen was habe ich auch aufgesammelt Bonbons? Da ist der Händler noch Ja Der bleibt auch da Jo Auch wenn der wirklich nur Kleidung verkauft Jo Ok die wollen mich wirklich killen Ja Ach wollen die das Ja Willst du es nicht glauben Aber wenn du gut bist Also der eine hat eben diesen Helm getroppt Der der mich killen wollte Ne ich sperre die einfach an Ja Ähnlich Human ja Nope Ah Tempel Tempel Äh dann gehen wir nochmal kurz auf den Hügel hier hoch Und dann setzt ihr mal hin Home Point Müssen wir nicht so viel rennen Ach man kann einfach Wie macht man das? Äh das ist ne gute Frage Ah da ist der Händler Ah der hat nur schwule Shirts Ja ja der andere Händler hatte Waffen und den habe ich auch gebracht Ja Das Problem wäre natürlich irgendwie cooler ne aber Das Problem wäre natürlich irgendwie cooler ne aber Oder Okay Ah man kann nur zur Homebound teleportieren Okay ja gut dann Ja Ja Dann warten wir hier auf Markus Und Ja gut Okay Weil 5 das ist hier jetzt Das ist jetzt genau das ist jetzt hier Ja Ah Äh wisst ihr Ja Ob wir Beim Server restart Wieder hier spawnen Oder auf unserem Schiff Auf dem Schiff schätze ich Okay Dann müssen wir das jetzt noch ohne Muss mit lag machen Wow Na der hatte eh noch kaum Leben Das war der den ich schon angegriffen hatte anfangs Ja Au Minigun Moment Weg hier Nope Ja ich hab grad Ich hab meine Bandages nicht in der Nähe ausgerüstet So Ich brauch auch noch welche Moment Ich brauch Bandages Sagen auf Pflanzenfaserfühlen Fährt toll Wartet auf meine Ja Einfach mal die ganze Statue abbauen Was ist cool Die Lampe ist auch cool Also ich würd hier wirklich gerne durchgehen Aber es ist wirklich Tödlich Boah ich glaub der hat mich gesehen Ne Also wenn dann jetzt nicht mit dem Huntingbow ran Weil Wir anderen haben einfach nicht genug Schaden Wollen wir angreifen nochmal? Moment Könnt ihr gleich wenn ich da bin Oder so So Oh Ja ich gut ne Die extrem langsam Ja wir kommen da nicht hoch Weiß schon Das ist ja auch nicht der Zweck Ich will den eigentlich herlocken irgendwie Was weh Hier ist nichts weiter Okay Der hat doch keine Minigun dabei oder? Ne Weiß nicht Haben wir halt mal Doch hat der Doch hat der Ich hab Angst Das ist ja Alles gut Warum Wie überlebst du so viel? Äh Waffe Wie viel DPS macht deine? Äh Moment Moment DPS 148 Und Gift Und Gift 136 Plus die extra Schaden Könnte ich eigentlich auch mal In den Dieb gehen Boah alter Ich kann mich nicht bewegen Alter ist das krass Alles gut Muss halt jetzt nach jedem mal Banagen fressen Ich falle mal den Pfeilen Pfeile sind doch gut ja Au hallo eine Falle Danke Markus Hä? Was denn? Doppelsprung und so Ja ich kanns halt Moment Moment So gut Das tut's auch Danke ab Boah Meins Hab auch schon einer davon WD Meins Gut das darfst du haben So hier ist auch nichts von Interesse für mich Wobei die grünen Lampen Die sehen ganz interessant aus Nein Oh mein Gott Da ist ein Stachel Nein wirklich Gut das du es mir gesagt hast Wäre mir jetzt im Nachhinein nicht mehr aufgefallen Äh Äh Ist sie sicher darunter zu sprengen? Nein Warum ist Robby dann da unten? Weil Korby Weil du nicht springen musst Ja Ah Ist da was interessantes? Nö Nicht mehr Da unten ist was interessantes Hab ich schon wieder meine ganze Kugel verloren ey Gut gemacht Simon Ja Das war meine Lampe So Ich will da unten hin, da wo dieses Ding leuchtet Wo ein Ding leuchtet? Ja du hast die Ähm Hätte ich Also du hast das nicht weiter rausgestellt oder? Ne Aber ja Jetzt sehe ich es auch Das ist aber meins Ja 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 Moment Ich leuchte nur kurz und komm mit Moment Äh Nummer 3 ist das bei mir Ah das ist Untergrundlabor Ja das ist meins Und die Ratten darfst du gerne bekämpfen Äh Zu gütig Ich sehe nix Ich sehe gar nichts Moment ich hab das... Ah ja hier Ah ok Da war eine Spike am Boden Ah schön Über die du die ganze Zeit drüber gelaufen bist Ah Ja Es ist schon hier Nacht Bist du gestorben oder wie? Ja Hm Äh Weiß ich jetzt einen Cut Ja ich glaube ich setze einen Cut Und dann Beheben wir gleich mal das Ja Problem mit den Lags Das sollten wir ja Aber ich leuchte gerade Das ist auch schön Ja also dann